und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten glamour steinbaus heute mal wieder mit einem set von mold king und zwar der 270 20 603 teile ab 8 plus geeignet laut mod king und zwar ist es aus der model k reihe das ghost bus mobil wir nennen es einfach mal das geisterjäger mobil wirklich völlig ohne reales vorbild hust hust die setbezeichnung ghost bus ters ist natürlich schon relativ gut gewählt wenn wir uns das ganze dann hier anschauen haben wir eine relativ kleine und sehr kompakte verpackung und am ende soll das fahrzeug auf 23 cm kommen 10 cm hoch sein und 8 cm breit ich bin auf jeden fall sehr gespannt was mold king abgeliefert hat und am meisten bei mold king bin ich gespannt auf die teilequalität denn hier hatten wir ja schon ausreißer ins sehr negative sowie ins super positive ich mache das ganze jetzt auf jeden fall mal auf und wir schauen uns zusammen die teile und die anleitung an und so stelle ich mir verpackungen vor denn hier wird man nicht getäuscht die packung ist wirklich randvoll mit steinen in der packung finden wir dann diese mini anleitung nochmal verpackt extra in der folie tüte und diese teile tüten auf jeden fall haben wir auch nummerierte teile tüten hier und das ganze geht bis zu teile tüte 6 die anleitung wurde anscheinend mal sehr heiß gewaschen aber wenn man trotzdem alles gut erkennt dann ist natürlich jede ressourcen einsparung irgendwo in ordnung obwohl ich mich auch frage wurde hier die anleitung dem sticker bogen angepasst oder der sticker bogen der anleitung was hier natürlich auf den ersten blick als sehr schade auffällt alles was irgendwo mit dem ghost bus in anführungszeichen zu tun hat ist hier leider mit stickern gelöst die abbildungen sind trotz der anleitungsgröße auf jeden fall groß genug es ist alles ordentlich und eindeutig zu erkennen zumindest auf den ersten blick es wird hier nichts ausgegraut sondern es wird alles in vollfarbe dargestellt und insgesamt haben wir 107 bauschritte dann noch zwei weitere schritte zum sticker kleben und 69 seiten eine teile liste existiert leider nicht ich fange jetzt auf jeden fall anzubauen und wir sehen uns nach den ersten wichtigen bauschritt wieder ich wünsche mir viel spaß bei dieser review und das erste mal sehen wir uns jetzt nach 49 bauschritten wieder bis hierhin habe ich wirklich wirklich viel spaß mit dem set die steine qualität ist vom aussehen super wir haben kaum kratzer wir haben kaum farbabweichungen das ganze lässt sich super verbauen man hat ein tolles baugefühl und die klemmkraft ist auch wirklich top also hier haben wir sehr gute mold kingsteine und auch von der konstruktion habe ich bis hierhin super viel spaß gehabt und warum genau zeige ich euch natürlich auch gern wenn wir uns das ganze anschauen ist das sehr sehr kompakt gebaut und dadurch auch stabil also hier werden auch gewissermaßen ein paar platten übereinander geschichtet das ist keine luftnummer und hat jetzt schon ein ordentliches gewicht wir haben schon so ein bisschen von dem interieur gebaut der braunen farbton gefällt mir sehr gut und auch die front gefällt mir sehr wir haben hier schöne details auch wirkliche flat silberteile und nicht nur grau wir haben schön gebaute scheinwerfer und ich finde den detailgrad dafür dass es im endeffekt nur ein etwas größerer speed champion ist wirklich bemerkenswert und das absolut coolste an der front wir können die motorhaube vorn öffnen und haben auch wirklich einen motor drin sitzen den wir gebaut haben das natürlich nicht mit laufend sondern nur deko sieht aber auch sehr schön aus und wir haben auch die ein oder anderen flat silberteile darin verbaut also bis hier und wirklich ein set mit dem ich super viel spaß hatte ich hoffe natürlich das bleibt so und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen set wieder und fertig ist der aktual der ghost bus von mold king und ich würde sagen wir wechseln mal kurz die perspektive damit ihr alles gut sehen könnt punkt nummer eins ist diese sticker hier habe ich auf jeden fall weggelassen mir gefällt er ohne sticker auch sehr gut ich brauche die sticker nicht unbedingt um zu erkennen was es ist und ganz ehrlich wir müssen nicht darüber reden dass diese sticker einen ganz anderen farbton haben als die steine und das würde mir auf jeden fall so nicht gefallen bei den kennzeichen könnte man noch eine ausnahme machen aber ich finde auch ohne das kennzeichen sieht von vorne wirklich gut aus dementsprechend werde ich die auch weglassen vorweg muss ich schon mal sagen ich habe das set hier auf amazon bestellt habe da 25 euro bezahlt und es ist damit auf jeden fall kein schnäppchen denn trotzdem 603 teilen ist es eben nur ein speed champion mit mehr deko gerade bei diesen steinchen hier wurde komplett übertrieben diese trans blue steinchen sind 16 mal drin obwohl man die auch in der zwei variante hätte nehmen können wo man nur acht gebraucht hätte und das ist bei sehr vielen steinchen hier so einfach ein bisschen teile treiberei betrieben ist effektiv haben wir ja vielleicht einen teilwert von 500 stein wenn man die teile treiberei rausrechnet und bei den 500 stein sind wir nur um die 150 mehr als bei einem anderen speed champion dabei haben wir aber eben auch kleine teile die zur deko genutzt werden aber jetzt nicht zur teile treiberei zählen weil die eben nur so funktioniert haben optisch gefällt er mir von der deko und der grundform sehr gut besonders diesen übergang beim heck finde ich sehr sehr gelungen aber er hat eben auch ein paar kleine schwachstellen wir haben einmal diese offensichtlichen andock punkte für die klappfunktionen genauso auch bei den türen vorn aber bei der motorhabe stört mich das überhaupt nicht weil wir ja dann den coolen motor drin sehen können wo es mich aber stört sind diese türen weil natürlich ist schön wenn wir türen öffnen können bei solchen sets aber ich zeige euch mal wie das aussieht wenn wir die tür öffnen und das ist jetzt die geöffnete tür denn die scheiben sind hier oben fest zusammengebaut die öffnen sich nicht mit und natürlich ist cool dass wir türen öffnen können aber so hätte ich es lieber gebaut und dann ohne diesen spalt ähnlich verhält sich auch das öffnen hinten von der klappe denn da ist auch die scheibe eben fest und nur diese ganz kleine öffnung dabei aber hier finde ich stören zumindest die andock punkte nicht und neben den kleinen funktionen die ich euch ja schon gezeigt hat kann er natürlich auch fahren und rollen und da rollt wirklich gut also hier habe ich nichts zu beanstanden generell finde ich auch die einzige schwachstelle an der konstruktion sind wirklich die scheiben einmal wegen dem problem mit dem türen öffnen und auch weil das hier relativ wackelig zusammengesteckt ist wenn wir dann das dach drauf bauen hält es aber die scheiben nerven während des baus sehr knicken auch hin und wieder mal ab und das ist wirklich der einzige punkt der mich hier an dem set gestört hat baumäßig die teilequalität ist wie schon im zwischenbauschritt besprochen super super gut und auch die ganze deko die hier verbaut ist finde ich wirklich sehr gelungen wenn hier natürlich noch die offizielle lizenz drauf wäre und das hätte vielleicht sogar noch pet printed wäre obwohl wir da wieder ein bisschen im traumland sind und dafür die sticker weggelassen werden wäre das für mich nahezu wenn wir die fenster weglassen ein perfektes set und auch so hatte ich auf jeden fall damit sehr sehr viel spaß für mich ist das auf jeden fall für fans des echten vorbilds richtig richtig cool die sich von lego eben keine 200 euro variante natürlich mit mehr stein und größer gebaut leisten können aber hier bezahlt man eben 25 euro und hat trotzdem was sehr sehr cooles daraus die perfekte zielgruppe von dem set sind halt wirklich serien fans die auch noch auf speed champions stehen dann habt ihr bei dem set alles was hier braucht interessanterweise haben wir auch noch ein paar ersatzteile und dazu gehören einfach diese plates hier das ist relativ interessant ich habe extra noch mal nachgeschaut ob ich die irgendwo vergessen habe aber nein ich habe sie nirgends wo vergessen und vier solche plates als ersatzteile in schwarz in so einer tollen qualität ich möchte mich auf jeden fall nicht beschweren also von mir gibt es auf jeden fall für das set eine kaufempfehlung auch wenn es meiner meinung nach durch die sticker und den kleinen fehler auch nur 20 euro kosten könnte und die 25 euro dann schon wieder etwas teurer werden aber auch 20 euro sind für so ein set auf jeden fall drin wenn man sich ein bisschen schlau macht auf den einschlägigen seiten und auch mal auf einen kleinen rabatt wartet und wenn ihr das set dann so bekommt dann werdet ihr auf jeden fall mit dem set genauso viel spaß haben wie ich und wenn ihr dieses set selber besitzt schreibt gerne mal eure meinung dazu in die kommentare vielleicht habt ihr auch etwas ganz anderes als ich erlebt damit helft ihr der gesamten community sehr weiter ich wünsche euch auf jeden fall noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick